Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie wir eigentlich zwei oder mehrere Schuko-Steckdosen fachgerecht anschließen und somit auch in Unterputz bzw. solchen Hohlwanddosen hier richtig miteinander verbinden können. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zu Beginn noch der Hinweis, da wir hier an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Doch hierfür gibt es einfach spezielle Videos, die an dieser Stelle besser sind. Wenn meine Anlage dann vom Stromnetz genommen und die Spannungsfreiheit sichergestellt worden ist, dann nehme ich mal meinen Entmantler zur Hand, gebe hier ungefähr 10 cm drauf und dann schaue ich einmal, dass ich meine Leitung hier nämlich abmantel. Wichtig hierbei ist, dass hier hinten dann ungefähr noch 1 cm in die Dose übersteht, dass wir auch unsere Zugentlastung hier schön gewährleistet haben. Als nächsten Schritt kürze ich jetzt aber erstmal meinen Außenleiter und meinen Neutralleiter um ca. 1 cm, bedeutet der Schutzleiter ist 1 cm länger. Das hat einfach den Sinn. Falls im schlimmsten Fall wirklich einmal die Steckdose irgendwie herausgerissen werden sollte, dann hängt dieser Schutzleiter auch als letztes noch dran und somit haben wir einfach den bestmöglichen Schutz. Jetzt schaue ich mal auf die Rückseite von meinem Steckdosen-Einsatz. Hier kann ich 12 mm erkennen, was einfach bedeutet, dass ich die Leiter auch mit 12 mm jetzt abisolieren muss. Bevor ich es vergesse, meine Hohlwanddosen haben hier exakt einen Abstand von 71 mm. Und in einem anderen Video habe ich auch schon gezeigt, wie man diese richtig einbaut und vor allem auch, wie man hier eine Verbindung noch hinten zwischen den Dosen herstellt. Als nächstes muss ich bei meinem Steckdosen-Modell hier oben noch die drei Schrauben einmal öffnen. Das sind nämlich anschließend auch die Verbindungen. Wenn du hier übrigens eine Klemmverbindung hast, musst du diesen Schritt natürlich nicht machen und danach einmal den mittleren Schutzleiter in eins der zwei Löcher hineingeben. Links gebe ich persönlich dann immer gerne den blauen Neutralleiter hinein und rechts den meistbraunen Außenleiter. Bei meinem Modell muss ich die drei Schrauben hier oben jetzt noch festziehen, um eine feste Verbindung zu haben. Bei einer Klemmverbindung ist das Ganze natürlich nicht mehr notwendig. Und außerdem kannst du übrigens auch den braunen Außenleiter und den blauen Neutralleiter hier vertauschen, da wir die Steckdose ja auch zum Beispiel verkehrt herum einbauen könnten. Hier gibt es keine Richtlinien, jedoch sollte man sich angewöhnen, dass man im Haus immer dieselbe Belegung hat. Ich habe zum Beispiel immer rechts den braunen Außenleiter und links den blauen Neutralleiter. Auch ist es egal, in welches der zwei Löcher wir hier oben in unseren Leiter immer hineingeben, da diese elektrisch miteinander verbunden sind und das zweite Loch anschließend für die zweite Steckdose benötigt wird. Wenn du übrigens eine 5-artige Leitung hast, zwei Leiter davon nicht benötigst, dann diese bitte nicht ganz kurz schneiden, sondern auch ungefähr auf dieselbe Länge kürzen wie die anderen Leiter hier, eine Klemme jeweils draufgeben und das Ganze in unserer Hohlwanddose hier hinten verschwinden lassen. Natürlich nur, wenn die Hohlwanddose auch tief genug ist. Jetzt benötige ich aber als nächstes erst einmal ca. 20 cm von drei solchen freien Leitern. Bedeutet, ich nehme hier einfach mal wieder ein Stück von meiner Leitung, mantel das Ganze ab und dann kann ich nämlich diese drei Leiter auch schon einmal abschneiden. Auch bei unseren drei Leitern möchte ich den Schutzleiter jetzt ca. 2 cm, also 1 cm auf jeder Seite länger lassen. Bedeutet, ich kürze einfach mal den Neutralleiter und auch den Außenleiter etwas. Als nächstes auf jeder Seite wieder genau 12 mm abmanteln und ich kann die Leiter einmal durch meine Verbindung hier hinten bei meiner Hohlwanddose hindurch geben. Wenn ich das habe, muss ich in meinem Fall wieder die drei Schrauben hier vorne etwas öffnen, bei einer Klemmverbindung natürlich nicht. Die Leiter habe ich mir auch schon etwas hingerichtet und danach gebe ich nämlich diese Leiter auch entsprechend in das zweite Loch daneben hinein. Wenn die Leiter hier oben richtig sitzen und die drei Schrauben wieder angezogen sind, sollte es in etwa hier oben einmal so ausschauen. Das kommt natürlich auch mal auf den Schaltplan drauf an und dann kann ich nämlich die rechte Steckdose auch schon wieder einbauen. Hierfür müsste ich jetzt die linke Befestigungsschraube etwas hinaus drehen, genauso wie die rechte hier außen. Und dann achte ich mal noch darauf, dass meine Kabel hier hinten nicht irgendwie knickt sind, sondern nur schön gebogen und somit kann ich nämlich auch meine Steckdose schon schön in die Hohlwanddose hineingeben. Achtet darauf, dass die Schrauben an die richtige Stelle gehen, dann kann ich auch noch das Ganze hier ausrichten und danach muss ich noch meine Schrauben hier wieder festziehen. Bevor wir weitermachen, möchte ich noch ganz kurz auf die Befestigungsmöglichkeiten hinweisen. Bei der Hohlwanddose haben wir gesehen, wir haben hier außen einfach zwei Schrauben, die wo ich leicht aufdrehen kann und danach wieder zudrehen kann. Doch bei so einer Steckdose sind normalerweise auch zwei solche Krallen hier außen vorhanden. Diese benötigen wir nur bei der Unterputzversion, weswegen ich jetzt auch einfach mal die Schraube hier nämlich rausdrehe und somit kann ich auch meine Kralle hier hinten einfach rausziehen, da diese nämlich im schlimmsten Fall sogar ein Leiter in unserer Hohlwanddose beschädigen kann. Bei einer Unterputzdose schaut das Ganze schon anders aus. Hier kann ich die Krallen nämlich benötigen, dann gebe ich einfach mal meine Steckdose hier hinein, ziehe die beiden Schrauben hier links und rechts an und somit spreiten sich die Krallen auch, wodurch das Ganze in der Unterputzdose wirklich bombenfest hält. Aber hier haben wir übrigens auch noch die Variante, dass hier oben und hier unten ein Gewinde ist und dann kann ich nämlich ähnlich wie auch hier bei unserer Hohlwanddose einfach zwei Schrauben reinmachen und das Ganze hält auch. Jetzt schließen wir aber unsere zweite Steckdose einmal relativ ähnlich an. Die drei Schrauben hier oben habe ich wieder gelöst, weswegen ich hier oben meinen grün-gelben Schutzleiter hineingeben kann. Hier links gebe ich meinen blauen Neutralleiter hinein und hier rechts meinen Außenleiter und jetzt muss ich natürlich hier meine Schrauben wieder festziehen. Wenn ich das habe, meine Befestigungsschrauben wieder etwas lösen, dann kann ich auch meine Steckdose hier wieder sauber in die Hohlwanddose hineingeben, anschließend diese wieder bei meinen Schrauben einsetzen und jetzt würde ich es einmal erneut nur leicht anziehen und dann final mit der Wasserwaage ausrichten. Wenn es bei mir passt, die Schrauben einmal fest anziehen und wir setzen unsere Blende auf, die wo wir jetzt auch gleich mit der Schraube hier in der Mitte einmal festschrauben können. Und wenn ich die Anlage wieder in Betrieb nehme, prüfe ich das Ganze anschließend natürlich auch noch auf Funktionalität. Und somit haben wir auch schon zwei beziehungsweise auch mehrere Steckdosen eingebaut, da man das Ganze natürlich auch noch öfters machen kann. Wenn du für zu Hause jetzt irgendeine Steckdosen oder einst ja im Video benutzten Werkzeuge hier zulegen möchtest, dann einfach mal auf den entsprechenden Link hier unter dem Video in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.